Eigentlich hat Sandrine Gras Karriere in der Immobilienbranche gemacht. Doch als ihre sportliche Leidenschaft durchschlägt, beschließt sie, Fitnessunternehmerin zu werden. Mittlerweile kann Sandrine auch dank eGym mit Stolz auf vier erfolgreiche Studios verweisen. Das Ergebnis? Glückliche Trainer und Mitglieder und ständig steigende Umsatzzahlen. Im Up2You in Saint-Génie-Pouly erzählt uns die smarte Powerfrau von ihrem Weg nach oben. Wir wollten alles in unserem Leben verändern. Der Sport war etwas wichtig für uns. Wir wollten das genau das, was wir wollen. Ich habe viele Leute sich trainieren. Sie machen irgendwas auf den Muscu-plänen. Wir wollten mit Up2You, dass sie mehr empfehlen sind. Sie lernen zu machen, nicht zu machen und nicht zu machen. Das war das wichtig. Für das Projekt Up to You zu stärken, wir waren in der Nähe von etwas innovantes, und das ist dort, auf ein Salon, wir haben den Koncept E-Gym. Wir haben vier Studios, und seit dem Anfang, wir haben entschieden, dass wir E-Gym in den vier Studios haben, und das funktioniert auch in den vier. Die Coaches, was sie lieben, ist es, dass sie wirklich in der Folge des Kunden helfen, um mehr précis, mehr performant und mehr professionell zu sein. Was wirklich cool ist, dass ich einen Trainer, die wollen, und die sind, weil wir dieses Koncept haben. Wir sind sehr froh vom Koncept, so dass wir eine neue neue Maschine, nur ein Jahr und ein Jahr später. Der neue Koncept Standalone ist, die Coaches l'attendet mit impatience. Wir haben den gleichen Preis, und dann haben wir gesagt, dass wir unsere Tarifikation haben, und E-Gym hat versucht, an zu verbessern, dass wir die Aufmerksamkeit haben. Wir haben keine Aufmerksamkeit für E-Gym, aber das macht es einfacher. Wir haben ein Jahr, wir haben unsere Aufmerksamkeit von 18%. Wir haben auch eine weitere Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit von E-Gym Plus veröffentlicht, und wir haben 9 Euro mehr veröffentlicht. Wenn die Leute visiten die Halle, E-Gym wird auch die Aufmerksamkeit von E-Gym zu besuchen. Wir haben uns entschieden, dass wir den Label Sport Santäen haben. Und für den Label haben wir das Label haben, E-Gym wirklich unterstützt. Denn mit dem Maschinen E-Gym können wir die Daten von E-Gym können, die wir wissen, wo sie sind, 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 wo sie sind. Für den Label, es muss prüfen, dass es ein progresser ist. In plus des Datas gibt, es gibt die Daten, die Programme späzifisch für E-Gym, den Programme, entre autres, Rehabilitation, die ist perfekt für die Menschen, die zurückkommen zum Sport, nach einem accident. Wir sind wirklich sehr glücklich, weil die Veränderungen haben, die Veränderungen sind wirklich, und seit zwei Jahren, wir kommen und wir progresse wirklich jedes Jahr.